ARD Text im Auftrag von Funk Hallo Ähm Geh Wollen wir jetzt loslegen? Jaa Ok warte dann Ich hab extra runter gezeltet 3, 2, 1 Solle Jungs Irgendwo da In diesem Berg Da muss das Drachenglas sein Du bist doch... Das kann ich mir nicht vorstellen Der bergt die ganze Zeit bei unserer Nase Ich bin dumm Ich kann auch etwas bei Louis Jetzt hör mal auf Wie kommst du denn drauf? Nur weil du das blöde Buch gelesen hast Hast du gedacht Oh ja, das sieht aus wie ein Berg Den ich schon mal gesehen habe In dem Buch steht, dass dieser Berg Damals von den Drachen geformt wurde Na klar Und zufällig bei Louis vor der Nase Guck doch mal, der sieht doch aus wie so ein Drachenhort Guck doch mal, wie spitz das da oben ist Eigentlich nicht Da würde doch nur ein Drache leben Nein, ein Drachenhort Das ist eine große Höhle Der braucht viel Platz Guck mal Ja, okay Und was ist das hier? Das ist Feuer Das ist von Flämmchen noch Erinnerst du dich nicht mehr daran? Ach so, und was ist das da hinten? Guck mal Kevin Flöckchen würde da niemals drauf passen Ja, das ist von Flöckchen Ja, das ist von Flöckchen da hinten Genau Deswegen liegt auch überall Gold und so Guck doch mal hier Kevin, jetzt guck doch mal nach oben Würdest du wirklich sagen, dass da eine Drache gut hinpasst? Äh Was ist das? Nein, aber Drachen haben in der Nähe von solchen Von solchen Bergen gelegen Das ist so schwachsinnig Weil sie da oben ihre Eier geprüht haben Damit die Eier in Sicherheit sind Ich würde ja eher fast sagen, dass das hier eher was für ein Drache ist Vielleicht ist da drin was Die beiden wollten auch nicht mal hier Das da Ne, ist mir egal Ich buddel jetzt einfach hier Ist mir egal Ich mach jetzt was ich will hier Schöne nicht mehr auf euch Das hier Äh Stimmt, das ist mehr so wie so eine Plattform Äh Das würde ich jetzt auch eher Drachenhaut anerkennen So, hier oben Seht ihr mich? Jungs Ja Ich komm hier nicht mehr runter Ich glaub ich hab recht gehabt Ach Kevin, Alter Ne, ich bin Kevin, ich hab immer recht Ich hab recht gehabt Äh Wieso? Was denn? Wo hast du mich? Ich glaub ich seh nichts Das sieht doch wie aus wie in nem Buch Das ist Durchsichtiger Stein Ja, also Ja Ja Booten Hm, das kann ich mir nicht vorstellen Das soll Das soll so stabil sein Warte, ich guck mal was aus Soll ich mal reinfeuern mit Flöckchen? Du hast es kaputt gemacht Es zerbricht wenn man es berührt Das hält niemals nach in Artenstand Du darfst es doch nicht mit der Hand abbauen Du musst das mit einer Spitzhacke machen So wie ich eine habe Ja Mach mal Vorsichtig hier noch ein bisschen da am Stein lockern Och geh weg, Mann Warte Geh, geh, lass, du machst es nur noch ordentlich Lass mich, lass mich Vorsichtig Guck du Du bist so ein Du hast gesagt man muss das mit der Spitzhacke machen Das klappt nicht Du musst erstmal befreien rund rum die Steine hier Ach da Ach da Das ist nur Glas Was macht der denn? Du gehst einfach hier und nimmst es, oder? Ja Mann, Jungs, ihr macht es kaputt die ganze Zeit Hä? Ihr habt das Buch nicht richtig gelesen Wie das Buch nicht? Willst du jetzt die ganze Ader freilegen? Ja Was machst du, Kevin? Man muss erstmal drum herum alle Steine entfernen Ja bestimmt Wann muss ich Steine entfernen, um einen Stein zu bekommen? Ich habe keine Spitzhacke Zack zack So Und jetzt muss ich ganz vorsichtig den hier Ganz vorsichtig und sagte Was ist so? Ganz vorsichtig und sagte Komm schon Das sind gefährliche Blumen Das sind magische Blumen Das sind magische Blumen Die müssen sie vernichten werden Jungs, ihr könntet mal euch hier nützlich machen statt über irgendwelche Blumen zu reden Ich hab mich nützlich gemacht Du bist nur am meckern Hä? Nicht das Glas anfassen Und du machst immer alles kaputt wenn du das anfassen Dann mach deinen Scheiß alleine Kann man dir essen die Blumen? Und du sagst die ganze Zeit Alle anderen haben keine Ahnung außer dir Und dann hat man recht Und dann entschuldigst du dich noch nicht mal für deine Aussagen Oh, du hattest recht Ja, da war Glas Und du wirst trotzdem nicht ob es Drachenglas ist Lass mal Bastis Drachen Basti hör mal deinen Drachen aus Ja? Warum? Guck mal ob das Glas deinem Drachenatem wieder steht Okay, ich puste es Au 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 Oh Gott Aaaa 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 Was macht der denn? Der hat seinen Drachen nicht Geh weg 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 Vorsichtig Moment Geh den weg Soll ich reinfeuern? Ja Einfach rein, ne? Boah Okay, warte Und? Wie sieht's aus? Was haben wir gestanden? Was zum? Ja? Was? Das ist nicht kaputt, wie wir das sind Das ist Drachenat Das kann nicht sein Ich feuer nochmal rein Aaaa Basti Basti Oh Dummeleis Hau auf Mann Mit Trauern mit Flöpflip Lass Siehst du, es ist nichts passiert jetzt Hör auf Ah, hier sind über die scheiß Stacheln auf dem Boden Was machen wir denn jetzt? Dummeleis Balu wir haben irgendwas übersehen Irgendwas haben wir übersehen Man muss das doch irgendwie auslösen können Guck mal Das Drachenat macht das gleiche Geräusch Äh, diese Drachenat macht das gleiche Geräusch wie Ein Zerbrechen, ne? Wie, wie, wie das Glas Es muss doch eine Möglichkeit geben, wie wir das abbauen können Au! Ja, dann mach jetzt rundherum frei Hab ich gerade Es hat nicht funktioniert Hier passt auf, warte So, normalerweise im Buch Ich hatte gesehen, dass man das komplett befreien muss So, ich baue jetzt mal das obere Drachenglas hier auch ab, ja? Ja Ich sorge jetzt dafür, dass hier an diesem Stück Drachenglas nichts mehr dran ist So Jetzt ist es rundherum frei, ne? Ja So, okay Warte, ganz vorsichtig So Ein Hau Hier ein bisschen hauen So Ganz vorsichtig Und ganz sachte Ganz sachte Nein! Es ist schon wieder kaputt gegangen Toll Kevin! Toll! Das kann doch nicht sein Das, das ist Warte Was haben wir Haben wir für irgendwas Irgendwas Guck doch nochmal Ach nee, warte, ich hab das Buch ja hier Warte, warte Ich hab ne Idee Ich versuche das mal Mit, mit meinem Dägger Drachenglas Ich hab noch den Dräger Der ist kleiner Vielleicht komm ich dazwischen her Zwischen den Fugen Und krieg das raus Also hier im Buch steht aber nichts von nem Von nem, von nem Deutsch Mit dem man das auslöse Ah! Shit Was bau dich doch jetzt ab Oh du liebe Stadenglas Kannst du was machen? Ich kann so nicht lesen Komm jetzt heran Wasti Geh Was? Du nervst Ich hab Wirst du zu helfen? Wie denn? Mit Musik Eine Spitzsacke Maloui, guck mal hier in das Buch rein da ne? Siehst du das? Hier, guck mal Der hat da seine Spitzsacke siehst du das? Die sieht so aus als wenn irgendwie eine Magie auf der wäre Zeig mal, gib mal her Da warte hier So Da Du musst auf Seite 73 schauen Die leuchtet so komisch, siehst du das? Die leuchtet auch so wie meine in der Art Aber der scheint eine andere Art von Magie drauf zu haben Also muss es auf jeden Fall magisch verändert werden Aber mit Was? Was sollen wir darauf magisch verändern? Eine Verzauberung bestimmt Ja, aber Es wird mir jetzt erzählen, es gibt eine Verzauberung mit der ich Glas abbauen kann Bestimmt Aber guck doch mal hier Den Drachenatem der Drachen, den kann ich Das zerschmettert doch genauso wie dieses da Und das bleibt ganz Warum? Weil das vom Drachen ist Au Ich weiß es nicht, Paului Vielleicht Drachenglas scheint eine andere Struktur zu sein oder so Jungs, das bringt auf jeden Fall nichts, wenn wir hier so rumrätseln Wir sollten das auf jeden Fall, damit das kein anderer entdeckt und nachher kaputt macht, zubauen Ja 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 Basti Und dann müssen wir uns überlegen Ich habe gerade gedacht, ich würde jemand Glas zerschlagen, aber das ist ja Ich dachte, Basti würde das abbauen und macht nur noch mehr kaputt Ach, Baloui Entschuldigung Ich war nur etwas schockiert Ich habe es versucht mit Musik abzubauen Uns alle nehmen diese Sache sehr mit, Baloui Ich kann dich absolut verstehen Man, jetzt haben wir eine Lösung und haben doch wieder keine Lösung Was ist denn das? Das ist das Ganze Immer wenn wir irgendwas machen, taucht ein weiteres Problem auf Wir kommen niemals an den Punkt, wo wir mal ein Ergebnis haben Ja und Schuld daran ist Nein, die Schuldfrage habe ich schon längst geklärt Der Uhr Drache ist schuld, weil der hat die alte Stadt zerstört Äh, was passiert In der Kugel tut sich irgendwas, Leute Glaubst du was? Entweder bilde ich mir das ein, weil ich total die Paranoia habe Aber jetzt gerade, wenn ich so an der Kugel lang gehe Der Schatten da dründe, der bewegt sich immer mehr, der wird immer größer Ich habe dir gesagt, dass Kann es sein, dass die Kugel auch noch weiter am wachsen ist? Oh man Du hast doch gehört, was der Drache erzählt hat Daraus wird oder kann der Urdrache schlüpfen Was machen wir denn jetzt? Wir müssen uns irgendwas überlegen Wir müssen so eine, so eine komische Spitzhacke irgendwo herbekommen Kevin, wir haben doch den Magierturm Wenn es irgendwas mit Magie zu tun hat, dann doch vielleicht in deinem Turm Da, wo wir die Schätze versteckt haben und so Du meinst hier in dem Turm? Ja Vielleicht ist da was Ja, das könnte sein, der steht sogar noch Er ist sogar noch nicht mal beschädigt oder so Der ist sogar noch komplett da Wow 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 Das sind Reiter drauf Soll ich abfeuern mit meinem Drachen? Nein, mach den Turm nicht kaputt Wir brauchen eventuell die Marke Wir brauchen eventuell die Marke Das sind unten so psychische Amulette Oh nein, wir haben das ja zerstört Nein 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 Fleiche Bleib hier Was ist das los? Stopp Fleiche, alles wird gut Was hast du getan? Was hast du getan? Sie fliegt Sie umrundet die Kugel Ja super Ich denke, sie hat Panik gekriegt Ja Ja Nicht in unsere Kugel Nicht in unsere Kugel Nicht in die Kugel Nicht in die Kugel Nein Die Kugel darf sich nicht einsaugen Gib mir deine Rune Gib mir deine Rune schnell Hier, mach hier den Oh nein, ich muss Fleiche retten Nein 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 Fleiche Bleib hier Bleib hier Bleib hier Das gibt's doch gar nicht Bleib hier Ich kann jetzt nicht helfen Ich komm gar nicht hoch Oh Gott Ah Oh Gott Ich mach's doch Was machst du denn da? 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 Verdammt Oh Gott Ich versuch's doch Ich versuch's doch Pasti nein Sie wird reingezogen Sie wird reingezogen Schnell Ich versuch's doch Aber das geht nicht Ich kann nicht gleichzeitig fliegen und das Horn machen Wie ist es hier weg? Nimm das Horn doch einfach in die andere Hand Geht das? Wir haben's doch nicht probiert Nimmst du's in die andere Hand Ich komm da auch nicht hoch Ich kann da jetzt nicht helfen Oh Ja Ich hab's Oh mein Gott Oh ho 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 Okay, ich muss noch mal zugeben Basti Balui Der hat aber auch seinen Drachen nicht unter Kontrolle, ne? Äh Das war das erste Mal dass das passiert ist Das erste Mal seit langem, ja Ich glaub das war der Einfluss der Kugel Ich hatte sie noch nie so nah an der Kugel Gibst du mir mal bitte meine Rune wieder? Äh Es wird total unmobil und das Ding Wow 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 Au Gott Meine Güte Das sah nur so aus Nee, das sah nur so aus Ich wollt schon sagen Dankeschön Oh mein Gott Da steht immer ein bisschen Angst Ah ok, ok, ne alles gut Ich hab immer gedacht dass da irgendwie Flüssigkeit rauskommt oder so dass der schlüpft da der Uwe brachte Oh mein Gott Freunde von diesem Schock muss ich mich jetzt erstmal erholen Du hast aber auch jetzt echt dir wieder für ein Terps gesorgt Basti Unglaublich Ich muss mich jetzt erst erholen bevor wir da reingehen Wir suchen mal nen Hinweis nach diesem Verzauberungsdingswurms Zeug Oh Gott, ich leg mich hier hin Ich hoffe dass wir irgendwas finden Was explodiert hier? Das war nicht ich Was zum? Basti? Was? Ich war das nicht Was? Ich hab nichts gemacht Mann Was ist da explodiert? Ich weiß es nicht Von wo kam das? Hier gehen wirklich sehr eigenartige Dinge vor hab ich das Gefühl Wir müssen weg hier Nein, wir müssen die Stadt retten Wir suchen jetzt eine Lösung Auf geht's Machen Machen Untertitelung des ZDF, 2020